Dank Shipper Freight war es noch nie einfacher, Ihre Sendung von der Abholung bis zur Zustellung zu verfolgen. Nach Buchungsbestätigung erscheint Ihre Sendung auf der Tracking-Seite. Geben Sie Ihre Sendungs-ID, die Buchungs-ID, den Ortsnamen, die Beförderungs- oder die Transportart ein. Klicken Sie auf Details anzeigen, um den aktuellen Status einzusehen. Wir zeigen Ihnen jede Station an, die Ihre Sendung vom Ausgangs- bis zum Bestimmungsort zurücklegt. Auf der Zeitachse sehen Sie das geschätzte Abfahrtsdatum am Herkunftshafen, die geschätzte Ankunftszeit am Bestimmungshafen sowie die geschätzte Lieferung am Endbestimmungsort. Außerdem schicken wir Ihnen E-Mail und Hafenbenachrichtigungen zu den Etappen Ihrer Sendung, damit Sie stets auf dem neuesten Stand der Dinge sind. Ihre Versanddokumente sind jederzeit im Tab Dokumente für Sie abrufbar. Wir haben Shipper Freight so benutzerfreundlich wie möglich gestaltet. Der internationale Versand ist jedoch eine komplizierte Angelegenheit. Da muss man manchmal mit jemandem sprechen. Sie können uns bei Fragen jederzeit kontaktieren. Klicken Sie auf das Chat-Icon unten rechts, um mit einem Shipper Freight Mitarbeiter zu sprechen. Nachdem Ihre Lieferung Ihren Bestimmungsort erreicht hat, können Sie Ihre Erfahrung mit Shipper Freight bewerten. Ihr Feedback hilft uns dabei, die Qualität unserer Dienste stetig zu verbessern. So wird Shipper Freight beim internationalen Versand zu Ihrer ersten Wahl. Shipper Freight Shipper Freight